Hallo! Wir müssen reden. Setz dich. Schau mal. Was ist da drin, dass das ja zu wichtig ist? Urin. Urin? Ja, morgen Urin. Und wenn sich da unten gleich ein kleiner blauer Kreis bildet, dann ist das Ergebnis positiv. Aha. Positiv, toll. Also positiv im Sinne von gut oder positiv im Sinne von? Positiv im Sinne von schwanger. Das ist nur ein ganz schwacher Blummerring. Also das ist höchstens ein bisschen. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Ja, das kann doch gar nicht sein. Ich meine, wir haben doch erst vorgestern. Das kann man doch gar nicht so schnell wissen. Das ist ein sehr sensibler Test. Der funktioniert schon drei Stunden nach der Befruchtung. Befruchtung? Wir haben doch höchstens drei oder vier Mal. Zweimal. Gib nicht so an. Ja, und dann ist das gleich so positiv. Und wie stellst du dir das jetzt so vor? Ja, das ist eine gute Frage. Also wie ich mir das so vorstelle. Ich meine, du platzt hier herein, wo doch alles so positiv ist und fragst mich das so ganz profan. Und du, ich muss doch erstmal in mich gehen. Ich muss da erstmal in Ruhe drüber nachdenken, Andrea. Anita. Ja, Anita. Ja, Anita. Ciao. Da muss man doch in Ruhe drüber reden können. Das geht doch nur in der persönlichen Atmosphäre. Ja? Ja. Na, nein. Nein, schau, ich möchte jetzt ganz einfach nicht gestört werden, ja? Ist wichtig.